Philipp Rübing, der uns gleich Casalco, hier kommen die beiden, schon präsentieren wird. Aus dem Jahrgang 2011 stammt dieser Holsteiner, des großen, artigen Casal. Wir haben ja unvergessen sein formidabler letzter Siege der Global Champions Tour, wir erinnern uns in Hamburg. Contender dahinter, Carthago, ein echter Fohlenmacher und Leistungsträger, der das schon bewiesen hat. Er hat ja schon mit einem gekörnten Sohn in der US-Springpferdezucht in Erscheinung getreten und auch HLP-Springsieger, Kavo Iroh und viele, viele mehr. Der war Sieger, Hengst, Hendrik. Ja, sag ich. Aber mach nichts. Also hier Casal, kann man wieder sehen, dann Contender, Carthago, danach Kalypso II. Also rein holsteinisch gezogen. Ich habe ihn in Holland als Fohlen erworben. Ein Hengst, der wirklich alle besseren Holsteiner Blutlinien in sich verkörpert. Hingezogen auf Zehblut, laufend. Ein Hengst mit ganz großen Möglichkeiten aus einem Mutterstamm, wo ich glaube, dass Casal sich hervorragend vererben kann. Casal, der, der Holstein hochhält, der im internationalen Sport riesige Erfolge hatte und seine Nachkommen auch gut sind. Aber Sie brauchen schon einen guten Reiter. Ich glaube, hier haben wir aber einen Pferd, der super im Charakter ist. Und darauf habe ich bei Casal Blut besonders Wert gelegt. Sehr gut zu reiten, sehr gut im Kopf, super Galopade, super Art zu springen. Und ich glaube, auch alles drin. Ich glaube, das Vermögen spielt hier nicht so eine große Rolle. Dankeschön. Auch die beiden schicken wir mit ihrem Applaus auf eine Abschlussrunde. Philipp Rübing, der Applaus, der jetzt aufbricht.